Heute geht es in diesem Video um Mundstücke und welche Größen es gibt. Es gibt hier Tip, ist die Spitze vom Mundstück. Buffel ist hier oben das Dach quasi am Mundstück. Chamber, das ist die Kammer hier innen drin. Es gibt eigentlich drei Größen, die ganz entscheidend sind für die Ansprache zum Beispiel, den Klang und auch das Gefühl für den Spieler. Und dieser Abstand zwischen der Mundstückspitze und der Blattspitze, das nennt man die Tip Size, die Bahnöffnung. Die Chamber innen drin, das ist die Kammer, also das ist quasi innen drin der Raum. Hier das Stück, wie groß das ist. Da steht jetzt eine Large Chamber, große Kammer. Da steht als Charakteristik Full Sound. So, und jetzt habe ich noch ein Mundstück mit Baffle, mit so einer Step Baffle. Okay, genau. Hier, da ist eine richtige Kante drin. Das ist die Step Baffle.